Ich bin Steffi. Ich bin Tätowiererin. Tattoos sind meine Leidenschaft, weil ich das Gefühl habe, mich ausdrücken zu können, ohne in Kauf nehmen zu müssen, dass es irgendwann weg ist. Eine Hengstin ist für mich eine Frau, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich wünsche mir für die Frauen, dass sie sich trauen, vorzutreten, zu sagen, wer sie sind und keine Angst zu haben, dass sie abgelehnt werden.